Hä? Mietz? Mietzi? Mietz, 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 Mietz. Mietz, wo bist du? Das ist wie die Suche nach dem Nadel im Heuhaufen. Ja, schon, ne? Und wie mache ich das dann mit... Dann mit anlocken, das weiß ich jetzt nicht, das müsste... Ja, einfach den Fisch in die Hand nehmen, also praktisch... Der Fisch in die Hand nehmen, dann in die Nähe der Katze und irgendwann kommt die von selber auf dich zu. Okay. Du darfst da keine Schellenbewegungen dann machen und dann, wenn sie halt nah bei dir dran ist, dann rechtsklick auf die Katze mit dem Fisch. Okay. Ah, hier läuft sie rum. Mietz, 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 komm, die planscht im Wasser rum. Hä? Huhn, guck mich nicht so an. Ich versuch mal hier irgendwie in die Nähe von der Katze zu kommen. Das evil chicken. Autsch. Runtergefallen. Das ist nicht gut. Gleich hast du erstmal genug Dschungelholz. Okay, das ist super. Ah, ich hänge fest und die Katze ist wieder weg. So ein Drecks... Ähm, 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 nein, schöne Katze, liebe Katze. So ein Kackvieh, echt. Und noch Kackvieh. Ein Kackvieh. Ein Kackbuhn. Ah, ich hänge fest. Ich jumpe. Äh. Äh, ey, was? Äh, füch. Ey, das Katzenvieh ist schon wieder weg, echt. Gibt's doch nicht. So, was? Mann! Ja, die sind, äh, sehr, sehr scheu. Ich suche nach der Katze. Moment, hinten ist einer, ich seh einer. Äh, äh, mitten auf'm Eis. Ich hab auch mal das Gerücht gehört, wenn's in der 2.0 geht, sollte noch ein Monster mit dabei sein. Hm. Aber die Info hat's... Ähm, ja, eigentlich auch so wie so ein Enderman, so. Nicht hinrennen, ach so. Verdammt. Verdammt. Frenz greift mir auf die Katze los, das kann nicht funktionieren, ich will die doch tamen. Ach so, du hast einen Fisch dabei. Jupp. Da kommt sie. Meow, meow. Holzfarmen. Ich weiß nicht mal, wo ihr grad seid. Hab, hab sie getamed. Vom Dschungel. Ich will auch so einen Katzenvieh. Ja, toll. Du hast ne Katze, ich will auch eine. Ich mach sie jetzt kaputt, ich will auch eine. Oh, nee. Oh, die arme Katze. Geh weg. Meow, meow, meow. Du bist aber hübsch. Ich will dich haben. Meow, meow. Kann ich die jetzt auch zähmen? Die ist schon gezähmt. Aber die klotzt mich an. Ja, die mag dich. Hm, komm. Die Katze sieht aus, so wie ich meins früher, mein Kater gewählt. Jetzt steht die Luna hier. Meow, meow. Ey, klotzt mich nicht so an, Katze. Geh zu deinem Papi, lass dich füttern nicht. Nicht zu mir. Ja. Die geht hinterher. Die mag dich, ich sag's doch. Warum latscht die mir hinterher? Du hast einen Fisch in der Hand, deswegen. Ja, wahrscheinlich deswegen, genau. Ach so. Wenn du nicht zu mir kommst, will ich dich nicht haben. Geh weg. Geh weg. Sie verfolgt mich. Nee, es ist wieder bei mir. Spimmelt schon wieder das Telefon? Immer dieses Spimmeln. Mann. Ey. Ähm, willst du nicht erstmal deine Katze zurückbringen? Ja, sollte man machen. Wo geht's denn zurück überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Ich hab kein Raypoint gesetzt. Ich auch nicht. Ähm. Irgendwo in die Richtung auf jeden Fall. Das klingt sehr gut. Schon mal als Schwert raus. Ey. Wobei die Katzen. Hallo. Was los? Ich bin hier reingefallen. Oh. Warum tust du sowas? Jetzt bin ich gerade in der Höhle. Okay. Ich lauf jetzt hier auch an der Höhle entlang. Und hier bin ich jetzt wieder beim Haus. Wo seid ihr? Ich komme. Ich häng immer noch in der Höhle. Oh. Ich muss aber erst noch vorher was mitnehmen. Was hast du gefunden? Eisen. Okay. Rein zufällig. Oh, das ist nämlich ein Telefon, ey. Halt doch die Backen. Halt die Gusch. Ey, die Katze rennt schon wieder zu mir. Nein, ich komme. Ich bin auch hier. Ach so. Ich wollte schon sagen. Ist es in der Ratte? Ja, ich lauf. Ja, toll. Ich glaub, deine Katze ist rollig. Wo bist du? Kommst du hinterher? Ja, ich wollte gerade nach Hause, aber hier ist gerade gleich ein... Ah, ein Achmed! Was? Achmed? Hä? Ja, ein Achmed ist hinter mir. Skelett. Ach so. Neben mir steht gerade ein Enderman. Silence, I kill you! Den meinst du, ne? Genau. Ja, den muss man kennen. Warcreeper! Ja, ich hab ne Katze dabei, das ist gut. Ja, ich will auch ne Katze. Zum Glück hab ich rechtsklick geklickt. Meine Katze ist gerade in dein Haus gestürmt wie vom wilden Sonstwas und, naja, sitzst du erst mal hier rum, so. Sitzkatze. Na, Kätzchen? Wie heißt du? Bärbel! Bärbel! Was schleißt du dich hier so rein? Die Schien mal doch mal ganz in der Renn. Mach mal was an meinen Ecke am besten hier hinten, da kannst du... So, ist getragen. Gerade mal ein bisschen was abliefern hier. Katze manchmal die dumme Anruhe, wenn man sie laufen lässt, dass sie sich auf Kisten obendrauf setzen und dann kann man die Kisten nicht mehr aufmachen. Okay. Baby, guck mal. Ich hab dir erstmal ein bisschen Holz beschafft. Es ist immer noch dunkel. Mhm. Scheiße. Was, du hast mir Holz beschafft? Miau! Wo ist die Katze? Ach, die sitzt da. Oh, das arme Mietzi, setzt es nicht so in die Ecke, tut's raus. Guck mal rein. Wie geht die Katze jetzt wieder da raus? Ich hole sie mal, na? Das arme Mietzi hockt so... Die steckt mit dem Arsch in der Wand fest. Miau! Wow, was war das? Miau! Willst du sie machen, was sie wollen, die Katzen? Äh, jetzt hab ich noch... Komm, Herzkatzi. Ein Stück Wolle? Mietz, Mietz, Mietz. Miau! Ich will die gar nicht nochmal, weil ich hab keine Minecraft-Sounds. Ne, ist klar, logisch. Jetzt darf der was noch... Wollen wir uns jetzt nochmal hinlegen oder wollen wir nochmal los? Ja, wir haben ja kein drittes Bett. Och ne, jetzt hockt die Luna hier auf meinem Schoß und will lecky-lecky machen. Das sollst du aber nicht machen. Lecky-lecky auf dem Schoß. Ah, ja. Ja, das ist... Klingt so falsch. Die ist direkt hier auf Handhöhe eben, wo ich an der Tastatur bin. Und er will jetzt meine Hand abschlecken. Die Luna hat... Die Luna hat am fünften, dritten Geburtstag. So, die Katze kommt hier mal an Eingang und da kommt dann nämlich schon mal kein Creeper mehr rein. Hm. Gerade war hier gerade schon wieder eine Spinne gewesen. Oh, ich spinne. Die ist glaube ich nicht gewusst. Ich finde, die Skelette sind ein bisschen brutal. Ähm, die werden mit 1.5 noch brutaler. Boah, Creeper. Das hat auch schon mitgebracht. Ich suche jetzt mal Wolle. Zwei Schafe brauchen wir noch. Da war der Hölleingang, wie ich es in der LP schon gesehen habe. Weil ich habe bis jetzt jede Folge gesehen. Ja? Ja. Ich glaube, vielleicht sollten wir doch losmachen. Weil irgendwie... Finde ich... Wow! Die ist total verzweifelt, die Katze. Oh, ja. So sind halt Katzen, ne? Ja, toll. Was? Ja, super. Was denn? Ich wusste es, ich wusste es. Ja, eine Spinne, Zombies. Wo bist denn du? Ich bin gerade auf der Suche nach Wolle. Okay. Und findest du Spinnen und Zombies? Ja, Zombies, dann auch zwei Ach... Zwei Achmeds? Ach, meh. Aber wenn du genug Spinnen tötest, sagst du auch Wolle kräften. Ja, jetzt brauchen wir nur noch eine. Geht es wirklich? Ja. Ja, aus Faden kann man Wolle blöcke kräften, ja. Okay. Ich werde gerade gejagt. Ja, ich komme schon. Ach, da hinten. Ich habe einmal Faden. Ja, ja, hier komme ich und rette dich. Zopp, zopp. Schade, dass kein Creeper in der Nähe ist. Warum? So, jetzt haben wir zwei Wolle. Dann hätte der Skelettmann den Creeper angeschossen und hätte die dann getötet, hätte er eine Schallplatte getroppt. Du sollst mal eine Schere craften. Das wäre, glaube ich, ganz mal gut. Ja, auf jeden Fall. Lona, mach dich nicht so fett hier. So, ich bin jetzt auf dem Rückweg. Jetzt liegt sie auf meinem Arm. Och, Menno. Zombie. Wow, hier ist ein Hund. Ich habe keine Knochen dabei. Scheiße. Ich auch gerade nicht, Alter. Komm her, du Vogel. Ich kämpfe hier gerade wie so ein Bekloppter. Hat einer von euch Knochen dabei? Nein, ich bin ja tot. Schweingart. Geht's? Sag mal, du hast doch gerade Skelette vermöbelt. Ja, aber ich habe keine Knochen. Drei Knochen. Ey, wo bist du? Gib mir die mal. Hier ist nämlich ein Hund. Wo bist du? Ich bin hier gerade am Höhleneingang, wo ihr in der Höhle drin wart. Denke ich jedenfalls in der ersten. Ich bin jetzt aber zurück auf dem Weg auf ein Haus. Jop. Jetzt werde ich gleich ein drittes Bett craften. Ich wollte ja aber jetzt den Hund mitnehmen. Ach so. Dann muss ich jetzt ein Skelett suchen. Ja, komm jetzt her. Wo steckst du denn? Ich bin hier hinten und hier hinten ist es arschhell. Hier hinten, das sind die perfektesten Positionsangaben. Echt? Wow, ach so, hier ist Lava. Ach so, hier bin ich. Und da ist ein Skelly. Ach da. Na gut, hier gab es eine Nähe von der Lava. Und hier ist ein Skelly. Gib Knochen. Springt durch die Gegend. Und wie viele Knochen habe ich? Meine Herzen fühlen sich wieder auf. Wie viele Knochen habe ich? Wie viele Knochen habe ich? Ich habe drei Stück. Gar kein. Das Knochen-Skelett. Gebt mir mal. Ich habe den Knochen aufgesammelt gerade. Ich brauche Knochen rein. Ich brauche Knochen rein. Genau. Sekündchen. Bleib mal stehen, Niki. Tja, da ist er. Ach Luna, haben wir das jetzt? Nein, 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 nein. Also. Seid ihr jetzt immer noch bei der Lava? Ja, ich komme da jetzt hin, weil da war nämlich der Hund. Ah, da seid da, da seid da, da seid da, da seid da. Oh, da ist ein Enderman. Und hier ist noch. Hier ist der Hund. Ey, du Vogel. Komm her. Ich kriege noch einen Knochen für euch. Und du ziehst ab, du Vogel. Hast du jetzt Knochen? Drei, ja. Wolltest du noch drei haben? Wart mal. Ich habe hier mal verrottetes Fleisch. Stirb Enderman. Die sind so lästig, manche. Apropos lästig. Ja, Zombies sind auch lästig. Ja, das war nicht wirklich. Oh, du hast den Hund gehauen, glaube ich. Du hast es falsch gemacht. Du Arsch. Du hast den Hund gehauen. Der Hund ist tot. Ups. Du hast den Linksklick gemacht, kein Rechtsklick. Ja, ich habe aber... Ich habe aber Linksklick gemacht. Da ist aber nichts passiert. Du hast den schönen Fallenarm. Oh. Zieh dich mal raus. Das ist bestimmt weh. Hier ist noch ein Zombie. Komm her. Warum haben die Zombies die ganze Zeit auf mich abgesehen? Keine Ahnung. Boah, hier ist eine Höhle. Ja. Können wir in die Höhle gehen? Doch das Tripp bestimmt witzig. Aber das ist gar keine so große. Das ist einfach nur so ein rundes Teil hier. Ja, das sollte wahrscheinlich ein Bossraum werden. Warte mal gucken. Hinten war doch, glaube ich, noch irgendwie eine Höhle. Oh. Ja. Achtung. Ein paar Knochen sammeln hier. Warum schießen die sich gegenseitig ab? Weil der einen den anderen abgeschossen hat. Der leckt mich am Arsch. Oh, hier geht es ganz schön runter. Da drüben steht ein Creeper. Den könnte ich jetzt voll in den Arsch hauen. Aber Höhlen-Tour wollen wir ja keine machen. Nein? Bist du dir so sicher? Ja, eigentlich schon. Boah. Ich wollte eigentlich Kätzchen sammeln. Ja gut, dann müssen wir noch ein bisschen angeln, weil wir haben nicht genug Fisch da mehr, glaube ich. Das ist ja alles ein bisschen... Ähm, ja, geht da hoch. Wir lassen mal die Kohle mal hier liegen. Ja, sonst genug. Ich will jetzt so eine Katze haben. Au. Was macht ihr da unten? Ey, das Moos wird später. Kommt mit. Ich hab's geschafft. Ich glaub, ich lauf hier total in die falsche Richtung. Ich wollte eigentlich einen Dschungel. Tja. Habt ihr jetzt eigentlich mal so einen Riss eigentlich gesehen? Was für ein Riss? Im Boden, also der ganz tief runter geht? Ja, schon, klar. Hat man nicht in den letzten... Ja gut, ich würd's eigentlich anders ausdrücken eher, aber das hab ich jetzt nicht gemacht. Hm. Ich würd's sagen eher so eine Spalte. Eine Spalte. Ja. Oh, jetzt ist Schaf runtergefallen. Ups. Was? Hallo Schaf, nicht immer runterfallen. Hier sind jede Menge Schafe. Schaf. Und am Schafe. Vielen Dank.